Das sind die Themen. Erdbeben und Hurricanes, die Naturkatastrophen nehmen zu. Endzeit im Nahen Osten, Israel tötet Hisbollah-Kommandeur im Libanon. Und Schiiten gegen Sunniten, wird der Iran auch Saudi-Arabien angreifen? Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Endzeit News. Wir starten zunächst einmal mit einem Artikel, der deutlich macht, wie schlimm einige Migranten unterwegs sind, die auf dem Weg sind nach Europa, um eine neue Heimat zu finden, speziell natürlich auch in Deutschland. Da geht es um ein Boot, das gesunken ist. Aber bevor dieses Boot gesunken ist, geschah mit einem 16-jährigen Mädchen Folgendes. Laut einem Artikel vom 27. Juni, da wird nämlich berichtet, Gewalt und Verzweiflung. Ein Migrant aus dem Irak soll bei der Überfahrt über das Mittelmeer ein 16-jähriges Mädchen grausam ermordet haben. Danach versank das Boot im Meer. Viele Menschen kamen ums Leben. Der Iraker ist dringend tatverdächtig, ein 16-jähriges Mädchen an Bord der bereits manövrierunfähigen Yacht geschlagen, vergewaltigt und anschließend erwirkt zu haben. Die Mutter des Mädchens musste alles mit ansehen. Sie überlebte das schreckliche Unglück und konnte sich offenbaren, andere Überlebende bestätigen, den grauenhaften Vorfall. Und da sehen wir auf jeden Fall, die Gewalttat der Menschen nimmt auf jeden Fall zu. Und viele Migranten, Syrien, Irak, Afghanistan, viele von denen werden das leider auch in Deutschland tun, wenn man keine kontrollierte Einwanderung zunimmt. Und ich sag's noch einmal, es gibt viele Christen, die verfolgt werden in islamischen Ländern. Das ist die meistverfolgte Religion der Welt. Warum nimmt man nicht die vielen Millionen Christen auf, die verfolgt werden? Und stattdessen nimmt man aber lieber die ganzen Muslime auf. Und da sollte das christliche Abendland generell einmal umdenken. Sonst wird genauso, wie das Schiff hier gesunken ist, das Boot. Genauso auch Deutschland und Europa versinken durch die weitere Islamisierung. Wir kommen damit nach Peru. Da gab es nämlich ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 auf der Richterskala. Da wurde berichtet am 28. Juni, schweres Erdbeben erschüttert Perus Küste. Ein schweres Beben hat in der Nacht zum Freitag Peru erschüttert. Die US-Erdbebenbarte, USGS, gab die Stärke mit 7,2 an. Das Beben ereignete sich kurz nach Mitternacht-Ortzeit, rund 9 Kilometer vor der Küste der südlichen Region Atiqua. Und war unter anderem auch in der Hauptstadt Lima und der Großstadt Ica zu spüren. Und dass große Erdbeben in der Drangsal vermehrt auftreten werden, das hat auch Jesus für die Drangsal und die Endzeit prophezeit. Erdbeben gab es schon immer und wird es auch geben. Aber große Erdbeben, die häufen sich auf jeden Fall genauso wie die Gewaltakte der Migranten in Deutschland. Und wir kommen damit weiter in die USA, nämlich zu einem Hurricane, beziehungsweise nach Jamaika. Und da gab es auch einen starken Hurricane, einer der so groß war, dass er mal wieder Rekorde gebrochen hat. Die BBC berichtete am 5. Juli, Hurricane Barrel lässt jamaikanische Häuser ohne Strom. Nach dem Hurricane Barrel sind hunderttausende Haushalte in Jamaika weiterhin ohne Strom. Der Sturm der Kategorie 4, einer der stärksten, der das Land jemals heimgesucht hat, fegte in der Nacht zum Mittwoch entlang der Südküste der Insel und brachte mehr als 12 Stunden heftigen Regen mit sich. Hier sprechen wir also von einem Sturm der Kategorie 4 und das ist einer der stärksten Hurricanes gewesen, der das Land jemals heimgesucht hat. Also wir sehen auch die Hurricanes werden immer stärker und brechen Rekorde, sowie viele Erdbeben und Überschwemmungen, Hochwasser und so weiter und so fort. Und wir werden sehen, was da alles noch auf uns zukommt. Aber auf Israel kommt auch einiges zu, denn wir schauen mal in den Nahen Osten, denn der Libanon greift ja fast täglich irgendwie den Norden von Israel an. So auch laut einem Artikel vom 3. Juli, da heißt es, Dutzende von Raketen wurden am Mittwoch aus dem Libanon auf Nordisrael abgefeuert, berichtete der israelische Sender Channel 12. Es gab keine Berichte über Opfer. Das israelische Verteidigungsministerium sagte, dass in mehreren Teilen Nordisraels Luftschutzsirenen ertönten. Am Mittwoch tötete ein israelischer Angriff einen der Top-Kommandeure der Hisbollah im Libanon. Und genau das ist auch der Grund, warum Israel gegen den Libanon, speziell gegen die Hisbollah, nun auch militärisch weiter aufsteigen möchte, um den ganzen Spuk ein Ende zu machen, weil fast täglich Raketen kommen von der Hisbollah im Libanon Richtung den Norden Israels. Und das kann ein Land natürlich dauerhaft nicht verkraften. Aber in der Tat wurde der Kommandeur der Hisbollah im Libanon getötet. Dazu schauen wir uns auch noch einen anderen Artikel an, ebenfalls vom 3. Juli. Auch da heißt es, Israels Militär tötet Hisbollah-Kommandeur im Libanon. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Kommandeur der Hisbollah im Libanon getötet. Er soll für die Abteilung zuständig gewesen sein, die für den Abschuss von Raketen auf Israel verantwortlich gewesen war, teilt das Militär mit. Nach israelischen Angaben war er einer der bedeutendsten Hisbollah-Terroristen im Süd-Libanon. Und natürlich war er nicht der Letzte, aber das letzte Wort spricht sowieso Gott. Und da schauen wir uns mal was an, was Gottes Wort über den Libanon prophezeite, nämlich nichts Gutes in der Zukunft. Psalm 29, 5, 4, 10, 34 und Saharia 11, 1, da heißt es, Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Und er schlägt dem dichten Wald mit dem Eisen nieder, und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Libanon, öffne deine Tore, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klingt nicht gerade sehr friedlich, was die Zukunft prophezeit über den Libanon. Und wir sehen ja, auf der Flagge des Libanon befindet sich tatsächlich auch eine Zeder. Dafür ist der Libanon bekannt, sehr lange Zeit schon. Aber vor allem heutzutage ist der Libanon leider bekannt durch die Terroristen der Hisbollah, die wiederum von den Monats des Iran militärisch unterstützt und finanziert werden. Und da sind wir mal gespannt, wie das Ganze letztendlich ausgehen wird. Nordbibel wird es aber im Königreich Gottes so sein, dass der Libanon nach Israel kommt, um mit den Juden gemeinsam den Gott Israels anzubeten. Also am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, wird es Frieden geben im Nahen Osten. Was bei den Menschen nicht möglich war, wird Gott möglich machen durch den Friedefürsten, den König Jesus Christus. Bevor wir uns nun anschauen, ob es theoretisch auch der Fall sein könnte, dass der Iran die schiitische Großmacht im Nahen Osten die sunnitische Großmacht Saudi-Arabien laut Bibel angreifen könnte, geben wir erst mal kurz ab in die Werbung. Kennen Sie das? Sie haben jahrelang eine Partei gewählt, aber wurden von den Lügen und leeren Versprechen der Politiker bitter enttäuscht? Sie haben am Ende des Monats kaum Geld mehr übrig und müssen sogar Flaschen sammeln? Sie sind jetzt im hohen Alter und haben es trotzdem nicht geschafft, ein Eigenheim zu finanzieren? Wir haben die Lösung. Jesus wird sie niemals belügen und halten, was er verspricht. Jesus schenkt ihnen das ewige Leben und zwar völlig kostenlos. Jesus hat nicht nur ein Haus für sie gebaut, sondern eine ganze Stadt, nämlich das neue Jerusalem. Darum zögern sie nicht und wählen sie Jesus Christus. Kennen Sie das? Sie freuen sich über die Komplimente von Männern, weil sie sich in ihren Videos halbnackt auf TikTok, YouTube oder Onlyfans präsentieren? Wir sagen ihnen, das ist kein Grund zur Freude, denn die Bibel prophezeite, dass die Menschen der Endzeit sich selbst mehr lieben werden als Gott. Doch wir haben eine Lösung für sie. Verlassen Sie Sodom und Gomorra und buchen Sie Ihr Ticket ins Reich Gottes noch heute. Kleiden Sie sich biblisch und lieben Sie sich nicht selbst oder die Komplimente von Männern, sondern lieben Sie Gott mehr als die Menschen und folgen Sie allein Jesus Christus. Ja, die beste Werbung, die man in der Endzeit und jetzt und in Zukunft machen kann, ist die Werbung für die Wahrheit, die Werbung für das Wort Gottes, für die Bibel und für unseren Herrn und König Jesus Christus. Und wir bleiben auch in der Bibel und im Nahen Osten, denn die Frage bleibt offen, die wir versuchen wollen zu beantworten, ob es möglich wäre, laut Bibel, dass der Iran nicht nur Israel angreift, was der Iran ja schon getan hat, sondern ob der Iran auch wiederum Saudi-Arabien angreifen könnte, die wiederum mit Israel eigentlich ein Friedensabkommen unterzeichnen wollen, auch durch Donald Trumps Abraham-Abkommen. Und das ist natürlich dem Iran ein Dorn im Auge. Zunächst schauen wir mal, was prophezeit wurde über Arabien in Jesaja 21, Abvers 12. Da heißt es, die Last über Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten, denn vor den Schwertern sind sie geflohen, vor dem gezückten Schwert, vor dem gespannten Bogen und vor der Gewalt des Krieges. Von den tapferen Bogenschützen Kedas, einem der Söhne Ismaels, auch ein arabischer Stamm, wird nur eine geringe Zahl übrig bleiben. Ja, der Herr, der Gott Israels, hat es geredet. Wir sehen hier also, ein Krieg wird prophezeit über Arabien und die Gewalt des Krieges wird auch Saudi-Arabien treffen. Und hier ist die Rede von einem gespannten Bogen. Nun wird man ja heutzutage keinen Krieg führen oder gar gewinnen können mit irgendwelchen Bogen, Pfeil und Bogen. Damit ist etwas anderes gemeint aus meiner Sicht. Also schauen wir uns mal an, welcher Bogen letztendlich gegen Saudi-Arabien gerichtet sein könnte am Ende der Zeit. Im Buch des Propheten Jeremia, da heißt es in Kapitel 49, Abvers 35, über die Zukunft von Elam und Elam ist der Iran, wie man sehr leicht überall auch nachlesen kann. Damit prophezeit, So spricht der Herr der Herrscher an, Siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, den Bogen des Irans, seine vornehmste Stärke. Und ich will über Elam die vier Winde kommen lassen von den vier Windgegenden her, Himmelsgegenden her, und sie nach allen diesen Windrichtungen zerstreuen, so dass es kein Volk geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und ich will den Elamitern Schrecken einjagen vor ihren Feinden. Das wird also prophezeit über Elam, über den heutigen Iran. Und wir haben ja vorhin gelesen, dass die Gewalt des Krieges Saudi-Arabien treffen wird und sie zittern vor dem gespannten Bogen. Und hier ist der Bogen Elams, der Bogen des Irans gemeint. Und wir wissen, eine Rakete, wenn man sie abwirft, dann ist er auch ein Bogen, den die Rakete dann in der Flugbahn nimmt, sozusagen. Und hier ist die Rede von der vornehmsten Stärke, also die stärkste Waffe. Und das könnte in der Tat eine Atomwaffe sein, die der Iran vielleicht auf Saudi-Arabien abfeuern könnte, weswegen es auch ein Schrecken sein wird. Und eine große Zahl wird ja auch getötet werden, heißt es im Buch Jesaja, haben wir gelesen. Aber wie gesagt, auch der Iran wird den Zorn Gottes zu spüren bekommen. Elamitische Flüchtlinge werden sich einfinden und zerstreut werden in der ganzen Welt. Und da sehen wir also, über den Iran und Saudi-Arabien könnte noch auch ein Krieg eskalieren, denn beide sehen sich ja als Großmacht im Nahen Osten. Am Ende der Tage glauben beide, Schiiten und Sunniten, es kann nur eine geben. Und entweder will das der Iran oder es will Saudi-Arabien. Und zwei kann es in dem Sinne nicht geben. Wir werden auch sehen, wie sich die Dinge zwischen dem Iran und Saudi-Arabien weiterentwickeln. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video. Abonniert und unterstützt gerne den Kanal. Vielen Dank dafür und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel, fragen Sie Gott um Erkenntnis und erkennen Sie die Zeichen der Zeit, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der König Israel, der Richter der Welt, der Friedefürst und Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen. Vertraue und glaube,